ich finde meine sachen nicht mehr klaus kannst du mir vielleicht kurz helfen ich bin auch glaube ich relativ lange gelaufen glaube ich oder weiß ich nicht wo sind denn meine sachen nochmal ey du wo hast du mich gekillt sag's mir sag's mir fette sau wo liegt denn mal ne leiche ne da bist du falsch fertig echt aber ich bin auch hier gewesen der kann schwimmen vielleicht hier ja danke danke klaus sieht lustig aus bis später drauf zu haben ich bitte meine sachen haben aber ich mache das mal nochmal wie mit dem mit dem fleisch und so weil die eigene leiche gibt hat fleisch ne nehme ich mir mal mit sechs fleisch habe ich bekommen läuft man ist eine aufregung hier mit so einem blöden dino und so drop item nicht nicht 81 kann ich ein einzelnes holz davon rein machen doppelklick 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 auf den stapel in dem inventar okay okay aber so bei mir ist nicht ein bisschen kalt klaus was denn so hast du das vorher ausgemacht ein versehen aber mit einem holz kommt halt nicht weit nach ach so deswegen hallo ich will also so ganz unkompliziert ist ja nicht nur mit wenn du schiff für schiff für schiff festhält und doppelklick machst wenn du den fisch festhält dann machst du einen fünfer stack rein okay gut so ich habe jetzt alle meine sachen hoffentlich wieder hast du die betten schon drinnen gebaut ane deswegen waren wir unterwegs verstehe ich habe mal hier unser kompost oder was naja das ist halt spoilt mieten würde ich damit so ich muss das noch mal ein paar bären essen ich finde auch immer noch also ich vermisse die funktion dass man machen kann also 50 bären hast dann muss halt echt doppelklick aufmachen die ganze zeit oder halt juli und quatsch das stimmt ja wenn ich mich nicht schock lag das ist was passiert dann wie vielheit hast du wie was halt haut wo haut und wo musst du dann hier 25 dann werfen wir die mal raus dann kann schon mal ein bett machen glaube ich okay ohne momente campfire so ruf so ruf ist on fire dddd nein schade es fehlt dreimal haut um das erste bett zu machen schade ich kann aber schon mal ein paar wände machen zwei um genau zu sein ich gehe gerade das sammeln ach die kann man ja auch reparieren cool schuhe reparieren schuhe reparieren ich glaube die musste auch erst in den inventar packen nicht mir fehlt das zeug dafür das kann natürlich der andere grund so sind meine bandagen verließ aber echt viel ne also all meine sachen sind fast halb kaputt außer meine mütze wo ich hab noch ganz drauf geachtet wenn ich sein soll so meine keule weiß ich nicht ob ich die jetzt brauche ich bin ja dafür dass wir eine kiste machen wo nur waffen reinkommen ja die mittlere ach so hast du schon gemacht ja da ist jetzt glaube ich auch eine fackel drin aber ich bin level 11 dino glas ist drin alter ohne ende dass eine keule drin und eine fackel ja dementsprechend ist es deklariert deklariert. deklariert ist es. als waffen kiste aber diese die nur glasses ich habe keine ahnung was es ist ich weiß nicht was man damit macht das ist auch so ein item skin das kannst du auch wegwerfen glaube ich weil das bekommst du jedes mal wenn du wenn du wieder spawns glaube ich möchte oder bei irgendwas anderem ja ich weiß es nicht halt aber irgendwie kommt mir das so vor als wenn immer wenn ich wenn ich neues borne das zeug halt mitbekomme okay ich packe die mal aus ne ich packe einfach mal also ich nehme mir die einfach mal und schmeiße weg damit es hier wirklich eine waffenkiste bleibt macht das ich mache mir jetzt mal ein paar sperre ich will nämlich als nächstes einen großen dino legen ich bin das level 11 jetzt läuft es bei mir so so essen ist bei mir voll gewicht was ist denn bei mir so schwer gerade ach das holz immer wenn er springt okay so was mache ich mir denn nicht mit so was soll ich als nächstes lernen vielleicht weiß ich nicht was so apropos lernen habe ich auch was zu lernen ich glaube nicht ich könnte als nächstes wurden wurden foundation und sowas machen standing torch das wäre vielleicht auch ja aber ein foundation ich weiß nicht brauchen wir jetzt eine foundation dass du erst mal das hauswärter bauen vermute ich erstmal nicht wo ich habe eine flare gun könnte ich machen dass das wäre super aber ich greife die auch an also macht die schaden ich glaube ich glaube nicht also sieht man halt nicht nur eine tempel temporär will die leiten area sattel sattel ich habe jetzt kein okay ich könnte wasserleitung bauen das fehlt mir okay ich gehe mal ich gehe mal wieder nach patches und holz sammeln weil ich brauche patches patches ohne ende okay ich habe jetzt oben in der ecke mit dem dach angefangen damit es ein bisschen gemütlich wird so holz standing torch ich mache mal hier so ein cooking pot ja nicht mal was scheiße ich brauche flint zum reparieren boah ey da vergisst du echt alles damit können wir suppen und sowas machen okay wachsen die bäume eigentlich nach weißt du das habe ich auch vor einer stunde oder so schon mal gefragt konnte mir aber bisher keiner beantworten hier leute was ist denn mit den bäumen wachsen die nach oder ploppen die einfach so auf bei einem neustart oder irgendwie sowas das wäre immer interessant weil bäume sind wirklich gerade ganz schön wenig geworden guck mal wer hier ist klaus wer ist denn der fette sau okay ich habe sechs ich habe sechs späere flattig sechs späere ja willst du die alle werfen auf ihn ich würde die alle werfen ja aber ich würde mir lieber noch gerne ein paar mehr machen wenn ich ehrlich sein soll dazu fehlt mir aber mal wieder aber das kriegt man ja relativ schnell ja so hat für drei bächer gereicht geil dann begeistert ja besser als nix und er sieht richtig gemütlich aus ja das ist schön so pass auf späere mir fehlt flint und wurt flint sind in der kessel war das hier ich esse jetzt gerade auch noch mal was ich esse jetzt gerade auch noch mal ein paar bären was braucht sich noch mal also ich finde die bären insgesamt echt nicht schlecht ach genau flints waren es okay dann kann ich ja jetzt das ding erst mal reparieren so was sagt der hunger dann oh könnte noch ein bisschen ich brauche steile so weg mit den bären okay also hotdog schreibt die bäume wachsen nach wenn sie einen gewissen abstand zu gebauten teilen haben okay ich bin jetzt level 10 glaube ich glaube ich sau bär nee doch also wenn ich jetzt also 10 alles so schön gemütliche porten hast du schon gebaut gelernt ja der buch neun punkte ist ja krass gebaut habe ich noch nicht hallo schön olli es gibt hier so viele krasse dinge eigentlich aha aha okay weißt du eigentlich warum warum gewisse dinge gelb sind gewisse dinge gelb sind ach so weil man da so für die für die gelben dinge die du bauen kannst brauchst du eine voraussetzung alles klar dann hast du also noch irgendwas nicht gebaut so ich habe jetzt zehn späre fletti ich habe zehn späre zehn späre aber die sind ganz schön schwer sehe ich gerade so kompletten wir gehen den dino noch mal jagen ja warte mal ich wollte jetzt erst mal meine dinge ausweiten das finde ich auch ganz cool eigentlich so was habe ich hier noch eins das rüber das rüber das rüber was denn so kann mir so gerne so sind so ein substance okay das mache ich auch mal das klingt auch nicht schlecht so dann gehe ich mal wieder in kraft ding kraft ding kraft ding kraft ding kraft ding kraft ding was hab ich denn gerade eigentlich gelernt schon wieder voll vergessen ach das hier ne gar nicht warte wo ist sie hier wetsch wetsches was denn ja guck in die kiste so dann das hier so ich esse noch mal ein paar bären hier kostet ja nix völlig unnötig sehe ich war ja schon satt ich habe hier jetzt so eine warte mal wo mache ich denn die händen müssen da mache ich eine hin und hier mache ich eine hin guck mal klaus kann ich jetzt auch anmachen klaus du bist schon auf der jagd oder was ich versuche lass mich kurz wissen was ich brauche ich kann mir leider nicht so viele flinzen machen quatsch äh schwere au zwischen die augen mein freund warte ich denke ihn ab ich bin jetzt gleich tot ich denke ihn ab ja er ist tot 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 ja immer ruft da auf die sau weg ist er alter okay also mit den sperren klappt das ganz gut okay was ist das denn hier oh eine narkotik trap was denn wie sie hier stehen an der an der an der einschläferungsfalle das wäre ja auch mal nicht schlecht was zu bauen das stimmt ja steinrolle fragt was spielt ihr beziehungsweise du denn noch das wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig nö die machen das echt spontan gerade und ähm also arg macht gerade ein bisschen fun muss ich sagen ja das stimmt das ist schon nicht so verkehrt ne oh dem stein haben wir es aber gegeben flattig ich kann mich erschrocken ähm so was ist denn meine hat hotdog fragt ob wir uns überlegt haben mal ein let's play von arg zu machen in der tat in der tat und das ist kommt wahrscheinlich schon nächste woche genau ähm in der tat das ist der grund warum wir das heute mal mit in den stream genommen haben um auch mal zu sehen ähm also zum einen um uns mal ein bisschen einzuspielen und zum anderen um mal zu sehen wie das ankommt ähm denn wir haben in der tat geplant ein let's play von arg zu machen weil wir das echt ganz cool fanden ja 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 so pass auf wie viel wie viel äh haut hast du eingesammelt flatti sag ich dir gleich wo ist denn jetzt das normale bett simple bett aber es dürfte jetzt reichen ne für ein bett ja für eins schon ja wood fetch fiber boah das braucht so unendlich viel so ist egal meine achse ist gleich im arsch äh das braucht dann meine achse zum reparieren bett na klar so hallo lauf lauf meinen jungen lauf geh da rein alter geh da rein so ähm bett 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 hier draußen vom haus direkt mach doch mal die eugen auf ähm warte die heute die heute die heute die heute die heute 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 so so ok acht heute super es fehlen noch mit dem mit dem mit dem dach klaus finde ich nicht nicht uncool sieht nett aus ne ja ich finde auch die heulhütte nett also auch wenn da wahrscheinlich ein dino reinrennt und das ganze ding kaputt ist aber naja wir können ja auch zur not da noch eine holzwand rüber bauen alter warum ist jetzt meine achse weg warum warum kann ich hier nicht hallo bei mir die spawnen dinge gerade irgendwie scheiße ich hab das falsche genommen die spawnen ja also so ein busch vor mir ok mir ist da ein busch die spawned bleibt ich gib mir nochmal setches ich brauche setches und kein holz ja nimm die spitzhacke ja aber die sagt fast kaputt ich brauche setches zum reparieren ja egal vielleicht reicht das ja sogar ja reicht also ich glaube von setches können wir echt nicht genug haben ne ja das von allem ne auch fiver ja also ein bett braucht 80 setches nun mal so ne ja ich bring mal ein bisschen was mit ja ich bring mal ein bisschen fahren ich mach das auch gerade hier das ging schnell also holz haben wir gerade echt ganz gut gesammelt steine auch aber so dieses so 50 50 setches hab ich schon und fiber brauchen wir auch jede menge captain hey grüß dich was machst du denn hier hallo schön captain bist du gar nicht am ballern oder was say captain ich hab jetzt mit vier bäumen ungefähr 100 setches gesammelt 102 105 108 110 111 läuft hier echt ganz schön schnell also die spitzhacke ist echt super ja was gibt es denn was brennt ihr auf der seele was brennt ihr auf der seele ich hab meine achse mal wieder ich finde es immer noch lustig dass er beim reparieren dieses diese ratsche dieses geräusch macht ja das stimmt aber nichts und ich mich frage woher das dann brauch so ich habe ich habe ein bett gemacht total zocker hunger ich habe keine gummibärchen ich habe nur ein bett flattig so für das ist eigentlich der klaus gut zu hören bei euch weil manchmal finde ich dass er selbst mir zu leise ist sonst würde ich nämlich gleich mal ein bisschen lauter machen ja mach mich lauter flattig du sauch wir brauchen noch 27 heute flattig 27 heute ja das heißt wir müssen ich komme mal mit fast 200 hedges hedges zurück ich brauche jetzt keine mehr ich habe das bett schon fertig ja aber ich glaube wir brauchen immer hedges ich habe auch noch ein paar sind sind hedges nicht diese rinden rindenblätter also diese rinden mulch sind die das nicht ja so holzfasern halt genau oder so so 221 bedges da drinnen sehr schön so wo hättest du denn gerne die betten stehen wobei ich mir die einfach mal mitnehmen werde äh weiß ich nicht irgendwo in ecke hier so aber nicht so lang zu dir na okay genau nicht so lang aber egal ja das ist feng shui mit blick auf die tür feng shui um die wände ich muss gerade noch mal ein paar bären was macht man denn mit diesen narko berries also offensichtlich kann man damit fallen machen ähm womit womit na mit diesen narkose bären da äh also vorhin vorhin kam ähm irgendwie der vorschlag oder irgendwie die idee dass man damit die tiere müde macht und dann denen dann während sie schlafen den sattel aufsetzen kann also deswegen halt diese steinschleuder ne du kannst ja mit der steinschleuder äh die ich ja schon habe kannst du die tiere ohnmächtig machen und nicht killen und wenn sie ohnmächtig wären dann kannst du ihnen halt äh den sattel aufsetzen okay meine meine zuschauer sagen vielleicht könnte etwas lauter sein dann mache ich das doch direkt mal so das wäre ja super ja und äh bei euch leute also ich habe eigentlich euch gefragt ne und nicht die community von klaus aber gut ja die denken sich wahrscheinlich der klaus der hört sich sowieso kacke an deswegen wollen wir den gar nicht hören der klaus ist gut so wie er ist ich finde deine stimme sehr angenehm oh danke fletti weißt du Bescheid mein Freund so weiber weiber wir brauchen weiber klaus lass mal bitte weiber ein bisschen fahren du weißt was ich meine weiber weiber das game hat die art von minecraft das stimmt also es ist aber also ich mir fallen jetzt tausend andere spiele auch ein die genauso ähnlich sind wie minecraft ich glaube ich glaube auch nicht dass das minecraft das craften erfunden hat sondern einfach nur popularisiert hat ich glaube ich glaube es gibt viele andere spiele auch ohne minecraft was popularisiert ach guck mal der jonas mc grüß dich erstmal sagt dass man sie mit dem essen zähmen muss okay aber wie macht man das muss ich das essen in der hand halten oder oder die bären einfach bei mir haben wie mache ich denn das jonas sag doch mal wie geht denn das also weiber und weiber fahren funktioniert verdammt gut mit den büschen mit den büschen jonas mc ist richtig geil dankeschön ähm ne komm du kannst klaus minimal lauter machen mache ich 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 ein stone ein wood fünf ja komm ich bin prima repair also hoplops da findet man nicht immer auch sehr angenehm besonders wenn ich so smooth rede wie gerade ja das ist also also man muss auch noch mal oder ich kann auch noch mal gerne erwähnen dass ich dass das ja auch einer der gründe war warum ich mit dem klaus überhaupt spielen wollte ja das war ja das war ja der ausschlaggebende grund weil er einfach angenehm klingt und das das ist einfach ist einfach so fakt was fakt so hier wende ich mach mal ein paar wie ich habe so viel weiber eingepackt für zwei wände da kannst du aufhören weiber zu sagen das macht mich kirre so schön klaus schön ich muss mal die tür aufmachen aufmachen so ich bin überfragt was ich jetzt noch lernen soll ohne witz irgendwie gar nichts mehr klaus erst mal doch hier wooden shield ich mach mir ich mach mir ein wooden shield das habe ich auch überlegt habe ich auch überlegt aber ich wusste nicht inwiefern man denn noch kämpfen kann also weißt du wegen mobilität und so ein quatsch doch das gibt ja noch offhand da denke ich kommt das wooden shield rein pass auf ich mach das mal ach so siehst du also jonas sagt auch man muss sie erst mit der schleuder betäuben und dann ihnen das essen reinlegen aber das mit der schleuder ist nicht so einfach weil sobald ich sie treffe rennen sie weg und dann treffe ich sie nicht mehr und diese schleuder ist ja auch alles andere als geil weil der stein fliegt ja vielleicht zwei meter oder so fletti was willst du von mir guck mal fletti warte ich mach grad Wände guck mal oh cool klaus schick siehst du aus cool ne ja siehst du richtig äh sieht gut aus so also das schild ist auf jeden fall glaube ich echt nicht schlecht wiegt allerdings 15 kilo das ist natürlich ein nachteil aber gut dortmund spielt einfach 0 zu 0 gegen berlin oh das wird den den dirne nicht freuen also ich ich hab vom fußball keine ahnung soll mir egal sein von mir aus können sich alle den ball um die ohren hauen ist mir wurst nehm die kamele aus dem mund was denn für kamele ok drofziller schreibt meine zistur spinnt einige zitzen in der mittren reihe gehen nicht mehr ich öhnt otzen grr schon ptopp usgemacht zistur usgbut und super gemacht hüt brn nicht gehöhn ha 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 finde ich super ja super geil so das kommt jetzt hier rein das kommt auch hier rein so der klaus hat ach guck mal guck mal fletti fletti guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal was denn guck mal kannst du schützen ich kann blocken ja aber machst du es mit rechtsklick ne mit rechtsklick ja ich kann blocken ja aber wie 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 ist denn der aushaltemodus von dem ding aushaltemodus geil bitte einmal merken da bin ich mir nicht du hast das schild einfach nach oben vor dem latz hält zieh das mal rein also die die haltbarkeit von dem schild ist 350 jetzt weiß ich nicht ob das dieselbe einheit ist wie wie deine hitpoints halt ja also wenn es dieselbe wäre hält es auf jeden fall gerade dreimal so lange wie mein wie mein leben ja naja aber dreimal länger ja aber ich weiß halt nicht ob das ob das dasselbe ist aber ich finde das das mit dem schild finde ich cool soll ich dir auch so einen wooden shield machen fletti ja wäre cool also wenn du noch holz hast also ich ja die flechfresser wie die kleinen deals rennen nicht weg fleischfresser ja aber die greifen ja an bist du denn wahnsinnig also also lieber lieber renne ich dem ding hinterher als dass ich vor dem ding wegrennen muss was denn wir brauchen heid ja wir brauchen wir brauchen alles denn dass das schild das schild kann man natürlich logischerweise nur mit einer waffe hat tragen ok ich hab hunger ich muss noch was essen alter ich hab mein dorst loll wo ist denn mein trinken eigentlich hin mein 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 das ist auch eine gute idee hä wo ist denn mein 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 ach da ist er ja verstehe ich nicht ach so stimmt ich muss erst ins wasser gehen so wasser trinken fertig es ist so super einmal einmal ins wasser trinken fertig so jetzt einmal essen bitte ach so hast du ja schon ey klaus ja ich denke mit ich denke mit super geil alter geil klaus wir brauchen holz holz ist ganz viel hier in der kiste holz du holz kann ich machen ja fürs lagerfeuer oder für was ja genau ja ja genau ja wobei ich ehrlich gesagt ich würde auch nicht unbedingt immer ach so da ist jetzt gerade rohes fleisch drin na gut ja deswegen muss man es kochen ach priesterchen mensch thera kommt doch bald mensch jetzt ist doch aber mein noch guck mal hier klaus hast du eigentlich gesehen ich hab dir fackeln hingestellt habe ich gesehen ja ich würde mal gerne sehen wie das in der nacht aussieht so hoch also ich springe immer daneben ne gibt es sowas wie eine treppe oder sowas also du brauchst da nicht springen da kannst du einfach rauf laufen lol in der tat wie ich da immer immer rein springen okay 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 kann ich kann ich das nicht auch nichts mehr zu sagen fletti ne du wolltest mir ein schild geben klaus ja dafür brauchen wir fett das habe ich nämlich beim kraften des schildes nicht nicht bedacht also das heißt wir müssen wir müssen wir müssen tiere töten ich gehe auf die jagd ja ich versuche in der zeit das haus fertig zu bauen mach das mach das mach das also das ist instant schildes nicht bedacht Ansch exploded